So, hallo Leute, willkommen zur Gewinnspielauflösung. Ich habe versagt und zwei Tage später aufgelöst. Es gibt nicht wirklich viel darüber zu sagen. Wer gewonnen hat und der Gewinner ist... Killerzocker789. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Portal 2 75% Rabattgutschein erhalten. Schreib mir bitte in der PN mit deinem Steam-Account-Namen, damit ich es daran senden kann oder für die E-Mail-Adresse oder wie auch immer. Und dann hast du schon bald... Wahrscheinlich besitzt du Portal 2 schon, hast einfach nur Just for Fun gemacht, ne? Aber dann besitzt du bald schon einen 75% Rabattgutschein für Portal 2. Das war's, euer Dr. Z. Ciao. Boah, war das ein episches Gewinnspiel. Und so knapp am Ende, ne? Na, egal. Tschüss.